Guten Abend Silvia. Schön, dass du heute Abend dir die Zeit nimmst und mir ein paar Fragen beantwortest. Guten Abend Sonja. Du bist seit Oktober Teilnehmerin bei vielen Workshops der Agile Sun. Warum? Ja, ganz einfach. Die Agile Sun bietet mir einen echten Mehrwert für meine tägliche Arbeit als Personalleitung. Interessante Werkzeuge, spannende Insights und immer gute Kontakte. Und wie hilft dir das bei deiner Arbeit? Ja, ich kann viele der in den Workshops vorgestellten Werkzeuge direkt einsetzen, muss mich nicht durch theoretische Erklärungen hüllen, sondern bekomme die Erfahrungen und Best Practices der anderen Teilnehmer gleich mit und kann sofort vieles testen, oft schon am nächsten Tag, weil ich einfach auch schon mitbekommen habe, was funktioniert, jemand schon ein bisschen erzählt hat, was bei den Kollegen gut angekommen ist und daher habe ich wirklich jeden Tag einen Mehrwert von den Workshops. Jetzt sind so Online-Workshops ja doch sehr ermüdend. Wie geht es dir nach so einem Agile Sun Workshop? Ja, du hast recht. Online-Workshops sind oft sehr ermüdend. Die Agile Sun, muss ich ganz ehrlich sagen, ist da eine große Ausnahme. Ich bin eigentlich nach jedem dieser Workshops energiegeladen und sehr inspiriert. Ich bin immer überwältigt von den Ideen der Teilnehmer und auch der Vortragenden. Es gibt immer einen guten Austausch und irgendwie geht man dann zufrieden in den Armen, hat neue Kontakte geknüpft, viel gelernt und ja, auch ein bisschen Retrospektive und Reflexionen über die eigene Arbeit betrieben. Jetzt hast du dich für Ende Februar am 26. und 27. Februar zum Agile Sun HR Workcamp angemeldet. Was denkst du, warum man da unbedingt dabei sein sollte? Ganz einfach. Es gibt wahnsinnig viele tolle Speaker und wahrscheinlich auch spannende Teilnehmer. In so einer kurzen Zeit bekommt man das selten und das Ganze ist noch dazu erschwinglich. Das heißt, sollte das eine Firma vielleicht nicht übernehmen, kann man das auch aus dem privaten Geldbeutel stemmen. Ich freue mich auf das Workcamp und bin gespannt, was mich erwartet. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, die du dir heute Abend genommen hast und ja, wünsche dir bis dahin noch gut Schaff und wir sehen uns dann definitiv beim Barcamp wieder. Genau, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.